Ein herzliches Grüß Gott im wundersamen Schwarzwald. Ich bin Monika Krämer, Schwarzwald-Expertin und langjährige Reiseleiterin der Firma Müller. Schmale, naturbelassene Wanderwege, fantastische Aussichten, rauschende Wasserfälle und geheimnisvolle Karsäen erleben Sie bei einem Tagesausflug mit Genießverwanderung in unserer Region. Erleben Sie lichtdurchflutete Kräuterwiesen und sonnige Grinden. Genießen Sie den gesundheitsfördernden Geruch der dunkelgrünen Tannen- und Fichtenwälder. Das Alleinsein und die Einsamkeit auf gut begehbaren Wanderwegen sind Balsam für Herz und Seele. Probieren Sie Schwarzwälder Kirchtorte, Schwarzwälderschinken oder andere regionale Köstlichkeiten auf der Terrasse mit Panoramablick in einer unserer Festspalten. Die abwechslungsreichen Wanderungen auf weichen Waldpfaden sind zwischen 8 und 11 Kilometer lang. Zwischendurch machen wir immer wieder mal Pause, damit Sie die Landschaft genießen können. Selbstverständlich halten wir alle vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln ein. Ich freue mich, Sie bei einem Ausflug in die ursprüngliche Natur des nördlichen Schwarzwalds zu begleiten. Herzlich Willkommen! Verwag an Sie in die Rennverwege. Verwag an Sie in die Rennverwege. Verwag an Sie ins guardieren und dann verbetächtig die mögliche. Verwag an Sie in die Rennverwege. Verwag an Sie in der Rennverwege mit Panoramablick auf dem Umge ein Alarm 해주گern. Verwag an Sie in die Rennverweig für das erste Mal werden über die Rennverwege. Verwag an Sie in die Rennverwege. Verwag an Sie in die Rennverwege. Bis zum nächsten Mal.